Herzlich Willkommen zurück zu den Winzeborn und auf dem Weg zu Condor, um weitere Antworten zu erfahren, was hier wirklich vor sich geht, warum Condor überhaupt hier ist und nicht den Winzeborn. Diese Geschichte ist immer feldsam. Ich denke wir werden wahrscheinlich nochmal auf Reuter treten. Ich denke nicht, dass es das letzte Mal war, dass wir ihn gesehen haben. Und wenn, dann wird wahrscheinlich gar nicht gut auf uns zu sprechen sein. Ich denke, ichfunzt euch das Ganze erst ein bisschen. Ich bin die Schleifern. Ich bin die Schleifern, die ich nicht sehr, was ich jetzt hier zugef contentieren. Ich habe die Schleifern. Ich bin die Schleifern. Ich bin die Schleifern. Ich bin gespannt, ob wir am Schluss wirklich diese ganzen Rätsel hier auflösen können. Ja, doch. Ich möchte mich hier... Ich möchte mich hier etwas umschauen. Ein Roboter. Drei Roboter. Also, ich denke, dass wir keine Chance haben. Was bist du? About uns, Astrogator. Humans. Biological Organisms. All this so-called life is so fragile, compared to the lifelessness of machines. So you've found more bodies? One. Is it Milos? No. Someone else. Well, you can't help him anymore. But there are still people who are alive and need you. Let's not forget about them. As you said yourself, Doctor. Please keep going. Wir werden schon weiter gehen, aber ich möchte mich trotzdem umschauen. Wahrscheinlich kommen wir hier nicht hinein. Nein. Okay, da geht's herunter. Ja, auch hier. Wir gehen gleich da runter. Hier geht's hinein. Sind dann wohl alles Proben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie gesehen. Vielleicht können die High-Up etwas tun. Hey! Hey, Mauro! Sit down! Ich wünsche wir sie besser haben. Aber das ist die Sache. Hast du jemanden gefunden? Ein Arctimus so far. Ein paar Proben auch sehen. Menschen! Nur Menschen. Ich weiß, die Arctimus wird mir helfen. Ich gehe für einen Moment. Ich habe die alten Excavationen. Ich schaue für Pepsol. All right, ich habe die Basis wieder. Over und aus. Rahitra, komm her. Ich gehe auf. About Pepsol. Es gibt nichts wir können für ihn nicht mehr. Over und aus. Hey, Milaz. Ich hoffe, du bist noch in der Lage. Hör. Die Commonwealther sind hier. Ich habe eine von ihnen. Eine Frau. Sie sprach mit jemandem auf der Radio. Aber ich habe niemanden gesehen. Ich habe bereits auf der Basis. Ich komme zurück. Ich lasse den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ich denke, das ist genug für mich. Wenn Milaz weitergeht, dann sollte ich das. Entstanden. Und Milaz hat nach Pepsol gesucht, der hier tot ist. Ich möchte trotzdem noch kurz da unten schauen, ob es da was gibt. Und schließlich gibt es ja schon einen Weg nach unten. Wieso? Also sollte hier nichts sein. Zum Beispiel du. Und abgeschaltet der Arc 10. Okay. Gleich. Okay. Gleich. Ich werde wahrscheinlich jetzt mit dieser Sonde dahin fliegen. Okay. Nee. Können wir nicht. nicht. Äh. Okay. Können wir nicht. Aber wie können sie landen? fliegen. Flugobjektpilotin. Und dann wenigstens die Fotos auswerten. Vielleicht sehen wir auf den Fotos die Leiche. Ich denke mal, das könnte vielleicht M-M-M-M-Muslof sein. Und ich weiß den Namen nicht mehr. So sieht man's. Interessant, dass Jasna hier nichts zu sagen hat dazu. Das waren bloß zwei Bilder. Hm. Ich schätze mal, so leicht können wir nicht. Ich schätze mal, so leicht können wir nicht. Ich schätze mal, dass das hier unten ist. Irgendwo hier unten ist. Ich schätze mal, dass wir nie sind. Wir sind nicht gar nicht. Wir sind nicht gar nicht. Wir sind gar nicht gar nicht. Wir sind gar nicht mal an. No! Shit. Äh... Nicht gut. Shit. Ernsthaft? Jetzt stecke ich hier irgendwie im Boden fest. Fuck. Ähm, gut, wir sehen uns gleich wieder. Kleinen Moment. Ah, doof. Okay, ich denke, das ist genug Sightseeing für mich. Wenn Milos weitergehen würde, dann würde ich. Agreed. So, da sind wir wieder. Mit diesem kleinen Missgeschick. Ähm, ja. Ich glaube, der Spielspendant hat jetzt zwar die Sonde nicht gelandet, aber ich schätze mal, die Hotpuls machen keinen grossen Unterschied, wenn Jasna da nichts dazu sagt. Von daher mache ich das jetzt nicht nochmal. Und, äh, fahre weiter. Und wir finden vielleicht Misl... Mislow? Mislow. Oh, da hätten wir vielleicht die Leiche entdecken müssen. Hm, ja, gut. Warte. Und, äh. Dramatische Musik. K洩 Musik. Ja, der ist. Gutes. O, deraczkende Todesang ist, die Sightseis stigzieren mich. Mehr als sie stützieren mich. ...which in itself is quite... No, Doctor. You're well aware that these are our survival mechanisms. Yeah, I am. So, there we are again. Ich hoffe, dass ich da irgendwie festgesteckt habe im Boden. Dann fahren wir mal weiter. Auf der Suche nach Antworten. Nach Imuslov? Muslov? Irgend so was. Okay, dann nach links oben. Weiter zum Weg, oder weiter auf dem Weg, zu Condor. Hier gab es mal ein Flugzeug, das so hiess. Wir müssen nach rechts. Aber eigentlich... ...möchte ich doch kurz mal hier hinten noch schauen. Vielleicht verpassen müssen sie etwas. Wahrscheinlich ja nicht. Aber im Blick ist es trotzdem wert. Aber hier gibt es nichts. Wie komisch, dass das Licht so flackert. Hier gibt es ein Problem. Ich höre. Die Route they took ist blocked by a force field. Da muss man einen Energo bot sein. Aber ich weiß nicht, ob ich kann es. Vielleicht kann man über die field gehen. Ich kann es. Although... ... es ziemlich narrow hier. Ich wollte schon sagen, da drüben sei es schon so aus, als ob da ein kraftfeld gewesen wäre. Boulders blocken den Weg. Also, selbst wenn ich das force field offreche, ...we können wir noch nicht weitergehen. Selbst wenn ich einen Weg finde, muss ich weitergehen, ohne den Rover. Herr, das macht nicht viel Sinn. Herr, bitte schauen Sie sich weiter. Ich denke, es ist nach oben. Ich denke, es ist nach oben. Ein Transporter. Sie sind hier. Sie stehen noch. Sie stehen noch vor der force field. Ist das Milos? Ich werde bald confirmieren. Aber ja, mosaik. Mehr als einer. Zwei. Es sind sogar vier Personen. Ich habe ein bisschen Respekt. Ja, ich bin eigentlich... Ich schweiziere mich. Es ist noch keiner hier. Sie müssen nach hinten sein. Sie versuchen, sie auf sie zu verbreiten? Ja, wahrscheinlich sollte ich. Moment der Wahrheit. Ich bin alle tot, ich sag's dir. Ich bin alle, ich bin alle, ich bin alle, ich bin alle, Was ist das? Ich bin es gerade ziemlich unangenehm. Gleich kommt ich hier durch den Jumpscare. Und sie sind in so eine grüßend Weise. Ich bin nicht über das. Es spielt über und über, ich weiß. Es spielt über und über, ich weiß. Es ist nicht das gleiche. Es ist das gleiche. Es ist das gleiche. 06. Oh, shit. Oh, shit. So he not only loses his memory like me. But that memory never returns to him. If all these recordings have the same content. He's been here for far too long. Far too long not to receive help from Condor. I've returned from the excavation site. Nobody will come. I'm afraid there's not a soul here. They were no longer there. I'll continue my search. It's set for the three in the cave. Yes, sir. I have a request. I'm listening. Let's get listening to the rest of the recordings. Hello, Condor. No way. I'm not going back there. It's day 26. Time in 805. I'm still searching for the missing clue. Talk to you in a sec. It's the excavation area. Ah. Much better. Agreed. Sorry, was soll ich machen? Ich war grad so verwirrt wegen diesen zwei Gesprächen, die da liefen. Ach ja, das war mega unangenehm da drin. Richtig schrecklich. Dann leben wirklich nur noch die drei. Die dort drin sind. In der Höhle. Und ich. Sonst niemand mehr. Oh! Astrogator. Someone's firing distress flares. From near the hideout. Do you think it's Rahitra? Who else could it be? It sounds like he knows something, sir. Actually I don't. Well, he put out a broadcast. But didn't say a word about you. As if nothing had happened. Astrogator, firstly, please keep me informed of such things. Second, it happens again. He started a new cycle. Please be more clear. He fell asleep and forgot what happened the whole day. And once again he will wake up on the 26th day of the mission. I almost feel sorry about him. Don't joke about it. If I don't snap him out of this cycle, I'll keep repeating it until he dies. Or goes insane. Of course I feel the tragedy of this man. You want to rescue him even though he's still a threat. You don't have to save him. I see the hill. I'll be there in a minute. Please slow down. Remember he has a gun. He didn't shoot at you the first time, but if you go in now... He won't this time as well. In any case, let's not worry in advance. I haven't located him yet. What about all those machines on the hill? Is there anything there, he could use to threaten you? Your reaction to your late night visit? Well, let's see. Given you're bringing him such devastating news, you might overreact. The Waffe will on no one, because it doesn't work. Hell of a human, you might not work. And still, we will now help him. Although he'll be there... Although he has taken us by being told. But he's in this cycle, he's taken away. However... ...and he'll take whatever time, Oh shit. Wirst du dir das sicher? Was ist denn das? 2 Antimads, so ein Kraftfeld-Ding und 2 Waffenroboter, Ohren. Ich komm schon, was das hier ist. Was ist denn das Kondo? Und was ist das? Das ist vielleicht unser Weg nach Hause? Könnte sein. Drei Antimads sogar. Da drinnen. Da drinnen. Ich hoffe, ich stehe nicht auf. Hey! Du denkst, es ist der 26th day der Mission. Du denkst, alles, was kommt nachher. Ich habe das Grund für glauben, es passiert währenddessen. Das Mikro... Was? Cloud? Das ist Buhl-Shit! Ich weiß nicht, was du versuchen, aber... Fokus, Rehitra! Wir haben schon einmal geteilt! Wir sprachen in deinem Hintergrund! Du hast mich schon an der Beobachtung gehabt! Sag mir, wo du heute aufgewachsen bist? Auf der Bühne, wo du meistens schlägst? Oder auf dem Boden, neben dem Radio? Was muss das mit nichts tun tun? Du siehst, wir sprachen lange vorhin, und wir schlafen, während wir sitzen. Die Wasserbottel, die du mir gegeben hast, ist still bei der Krate. Hast du es da letzte Nacht? Geh nicht mit meinem Kopf, Milos wird kommen! Milos ist tot, sie sind tot, sie sind tot. Sie sind tot, sie sind tot, seit hunderten Tagen. Du solltest gehen und schauen, warum Kontakt wurde verloren. Du solltest gehen, morgen. Aber morgen nie kommt! Stopp! Ich weiß, dass es schwer für dich zu glauben ist. Ich bin nicht gegen dich. Ich kam zurück, um dich zu helfen. Nein, ich versuche dich. Ich benutze meine Beobachtung. Rehitra, ich weiß, dass du mich nicht schlägst. Ich versuche dich schlägst, wenn du mich schlägst. Sag, warum lange... Wie lange habe ich hier gewesen? Gut, du hast endlich gekommen. 428 Tage. Shit. At least, that's how many times you've broadcast your morning message to Milos. This, this, this cloud? A result of the evolution of inorganic beings. It attacks the most important parts of biological organisms. Our brains. It responds to radio waves. That's how it found our crew. Dammit. Every time I broadcast, there's a wave bombarding all devices. This electromagnetic field, the cloud produced it. Doctor. That's right. This is how it damages our brains, our robots, and, and all machinery. Hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now? Yes. It's closing in on you. Hurry up. Copy that. What's going on? Who are you talking to? To someone I trust. And he says it's gonna get very hot around here very soon. If you don't want to have another encounter with the cloud, I recommend running for the hills. You're saying it'll be here soon? Let's move. Can it get through the force field? Hey! Hey! What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no one left to look for. All that's left is revenge. All that's left is revenge. Master Gator. I think he wants to fight. What a fool. Can you stop him somehow? You'll cause trouble for both of you. I don't think so. He's already opened the field. I see. Can't beat him. Join him. You have a much better chance of survival if you stick together. Hey! Uh... You! What's your name anyway? Yasna. I'm... Uh... Whatever. You know already. What's this? You familiar with the energy transformation of DRAC emitters? Uh... Thought so. Emites energy system is in our company. Here, take it. You can help. By shooting. I'll take care of maintaining the force field. What? When you aim, wait for the green light. Then you can take the shot. The device is connected to three combat machines. Okay. It sounds simple. Em... Yeah, I would say that was from this episode. We'll see you in the next episode of the Invincible. Hey, over. Let's stay in touch. Copy that. Let's get it closer. Bis Zuschauen, und bis Dann. Tschüss! We are also brought this way to the guns. It's coming from east, over the hill!